Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. 25 Jahre Heimat- und Bergbauverein Rheinsdorf. Niedlicher Nachwuchs im Zoo der Minis und Olli Munz und Band in der Erdbeerschenke. Tag Aktuell. Das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, es ist Mittwochabend und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Tag Aktuell. Der Steinkohlebergbau in der Zwickauer Region hat eine lange Geschichte. Doch auch das Ende dieser Industrie liegt schon mehrere Jahrzehnte zurück. So ist es die Aufgabe von Vereinen, diese Tradition zu erhalten und den nachfolgenden Generationen nahe zu bringen. Oftmals eine nicht ganz einfache Aufgabe, denn die Vereinsmitglieder sind meist selbst ehemalige Bergleute, die inzwischen ein hohes Lebensalter erreicht haben. Es ging gemütlich zu, als sich die Mitglieder des Heimat- und Bergbauvereins Rheinsdorf im Festzelt direkt neben dem ehemaligen Förderturm trafen. Nach 1990, als auch in den umliegenden Betrieben die noch erhaltenen Anlagen abgebaut und verschrottet wurden, stand auch in Rheinsdorf die Frage, was tun mit dem ehemaligen Förderturm. Die Gebäude standen noch, waren teilweise noch ausgerüstet und, echt DDR-typisch, gammelten sie vor sich hin. Doch in Rheinsdorf ging man damals einen anderen Weg. Der Förderturm und einige Gebäude wurden erhalten. Doch irgendwie mussten sie ja dann mit Leben gefüllt werden. Anfang war also nicht leicht. Wir haben dann, nachdem die Entscheidung gefallen war, dass wir der Heimatverein, der das gegründet hatte, die Beratenschaft für das Museum übernehmen will, hatten wir bis, von 97 bis 99, haben wir schon als Heimatverein gearbeitet und haben Fossilensammlungen gemacht. Wir haben eine kleine Ausstellung in der Rheinsdorfer Bibliothek veranstaltet. Also den Heimatverein tatsächlich erst mal ein bisschen populär gemacht. Populär ist der Verein bis heute. Das liegt auch daran, dass der Förderturm als Museum genutzt wird. Man beschränkt sich nicht nur auf den Rheinsdorfer Morgensternschacht, sondern dokumentiert die Geschichte des Zwickauer Reviers bis hin zur Kohlenbahn, die bis in die Stadt führte. Das macht die Ausstellung attraktiv und auch sehr informativ. Diese Entwicklung kann man durchaus als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Das kann man durchaus oder absolut als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Wir haben am Anfang nicht gewusst, wie lange das Ganze funktionieren wird, ob man überhaupt so lange durchhält. Das war ja, wir fahren ja eigentlich auf Sicht sozusagen, weil die meisten Mitglieder ja im fortgeschrittenen Alter sind. Viele sagen, ja, wir müssen jetzt aufhören, kommen dann trotzdem wieder, weil man doch am Verein ein Stück weit festgewachsen ist und sich mit dem identifiziert. Aber irgendwann kommt man natürlich der Punkt, wo es nicht mehr geht. Und da haben wir zum heutigen Tag wieder zwei, drei Mitglieder, die eben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage waren, heute teilzunehmen. Das zehrt natürlich aus und deswegen brauchen wir dringend Nachwuchs. Aber da wir uns ja schwerpunktmäßig mit Bergbau beschäftigen, ist die Nachwuchsfrage natürlich immer schwieriger. Im Revier 1978 war Schluss, heute schon gesagt worden, vor 44 Jahren. Die jüngsten Bergleute damals, wo zugemacht worden ist, die waren um die 30, weil sie zuvor schon nicht mehr ausgebildet worden ist, also ab der 60er Jahre. Und wer 30 bis 44 kann man sich ausrechnen, also mit 75 sind die jüngsten eigentlich aktiven Bergleute, die es noch gibt. Aber auch die Gemeinde weiß, was sie am Verein hat. Und so war Bürgermeister Ludwig selbstverständlich vor Ort und überreichte Erinnerungsfotos und Geschenke an die anwesenden Vereinsmitglieder. Eines der Fotos wurde, so der Bürgermeister stolz, mit einer Drohne produziert. Schließlich sah man in Rheinsdorf im wahrsten Sinne des Wortes auf der Höhe der Zeit. Das zeigt auch ein künftiges Museumsprojekt. Ein erstes Objekt, eine Ladebrücke wird zurzeit im Volkswagen Bildungsinstitut digitalisiert. Auf der Internetpräsentation des Vereins soll diese dann einmal für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Das zeigt aber auch mal, dass ein Traditionsverein dann auch zukunftsgewandte Ideen umsetzt. Und das haben wir dann mit Auszubildenden in unserer Einrichtung als freiwilliges Projekt mit unterstützt. Durch die Jugendlichen, oder speziell einen ganz engagierten jungen Mann, der sich da mit großem Herzblut ransetzte und jede einzelne Säule konstruierte, zusammenführte. Und damit eine große Leistung erbracht hatte für eine zukunftsweisende Darstellung. Und ich denke, Bürgermeister Ludwig hat das ja vorhin schon mal gewürdigt. Ist auch ein Zeichen dafür, wie man an Jugend kommt und eine Jugendbegeisterung bringen kann bezüglich der Fortführung dieser Traditionsarbeit, zum Beispiel dieses Heimatvereins hier in Rheinsdorf. Bei diesem einen Projekt soll es aber nicht bleiben. Denn der Einsatz digitaler Technik ist auch im heute existierenden Bergbau weit fortgeschritten, sodass auch bei der Ausbildung nicht mehr so viel mit Holzmodellen gearbeitet wird. Beim Heimatverein ist da die Historie wichtiger. Das ist ein Ansatzpunkt, ja, da ist unser Bürgermeister sehr aktiv, dort die Kontakte zu knüpfen und dort über Projekte sozusagen die Verbindung herzustellen und zu halten. Dass die eben mit heutigen neuen technischen Möglichkeiten die Chance nutzen, Kubenbestandteile oder Objekte dann wieder herzustellen oder zu rekonstruieren. Dass man sich mit Räumlichkeiten auch beschäftigt, was ja im Unterdacherbetrieb eine ganz wichtige Rolle spielte. Gerade diese Kubenmodelle waren ganz wichtig für Rettungsarbeiten zum Beispiel, das zu organisieren. Und das ist eine schwierige Angelegenheit auch für den Bergmann, sich immer räumlich zu orientieren mit diesen Streckenführungen, Überhauen, Plänschächten und so weiter. Und viele haben sich auch unterdacher verlaufen, die eben dann dort Probleme hatten mit dieser räumlichen Darstellung, das im Gehirn eben zu verarbeiten und sich dort zurechtzufinden. Das geht natürlich in der virtuellen Welt mit der VR-Brille wesentlich besser als mit dem Holzmodell im Maßstab 1 zu 1000. Und im Museum kann man sich dann eben nahezu echt durch Gänge und Schächte bewegen. Das ist nun mal attraktiver und für die Jüngeren auch eher zugänglich als ein unbewegliches Modell. Apropos Jüngere. In Rheinsdorf werden schon die Grundschulkinder realistisch an die Geschichte herangeführt. Auf einer historischen Karte wurde ein Liedtext entdeckt, der inzwischen zum Repertoire gehört. In der Welt der Bergleute hatte der Gesang schon immer eine hohe Bedeutung. Und so darf natürlich ein Lied nicht fehlen, das generationsübergreifend in ehemaligen Bergbaugemeinden immer noch aktuell sein wird. Aber nicht nur der gemeinsame Gesang verbindet. Auch das Zusammensein im Verein gibt vielen Menschen Halt, vor allem in schwierigen Zeiten. Die Geschichte in der Gemeinschaft, die viele suchen, man merkt das zum montäglichen Treff. Die Leute freuen sich, dass sie den Kontakt zu den Kumpels haben, dass man erzählen kann, dass man sich austauscht. Das ist auch ein Stück Lebensqualität eigentlich und was viele noch aktiv erhält und denen Kraft gibt. Wenn das nicht wäre, würde ein Stück vom Alltagsleben fehlen und es wäre eine Lücke da, die für manche doch schwierig wäre. Auch für die Gemeinde wäre es ein echter Verlust, wenn der Verein und das Museum eingehen würden. Aber wer die Rheinstorfer kennt, der weiß, dass sich eine Lösung finden wird, dass es das Museum und auch den Heimat- und Bergbauverein weitergeben wird. Noch weit über die 25 Jahre seines jetzigen Bestehens hinaus. Der Zoo der Minis in Aue hat Nachwuchs bekommen. Ein Minipony. Die Tragzeit bei Miniponys beträgt elf Monate. Eigentlich. Und weil man im Zoo der Minis bei der Geburt kein Risiko eingehen will, wird ab ca. 14 Tage vor der Geburt eine nächtliche Kameraüberwachung durchgeführt. Das bedeutet für die Tierpfleger ganz wenig Schlaf und ganz große Augenränder. Entspannt ist die Stimmung im Gehege der Shetland-Ponys im Zoo der Minis in Aue. Noch vor einigen Tagen sah das vor allem für die Pfleger anders aus. Denn bei Pony-Motor Dreyer kündigte sich Nachwuchs an. Aber der sah das mit dem Geburtstermin auch ganz entspannt. Wir hatten die Dreyer bei einem Weghengst und nach genau elf Monaten haben wir eigentlich mit dem Fohlen gerechnet. Und weil wir aber immer so ein bisschen Bedenken haben, dass doch irgendwas schief geht, machen wir halt eine Kameraüberwachung. Und damit fangen wir dann schon 14 Tage vor dem errechneten Geburtstermin an. Und diesmal war es eben leider so, eigentlich wäre der 1. Juni das gewesen. Und der 1. Juni ging vorbei, der 2. Juni ging vorbei. Und wir hatten alle tellergroße Augenränder, aber es ist halt nichts passiert. Und dann am 17. Juni, also 17 Tage nach dem errechneten Geburtstermin, war es dann endlich soweit. Es ist ja so, tagsüber sind wir ja sowieso da. Und ab 18 Uhr, da geht dann der Letzte, oder 18.30 Uhr. Und ab dieser Zeit haben wir dann immer jemanden eingeteilt, der dann also wirklich vor dem Monitor sitzen muss. Und bis früh morgens um 6 Uhr dann schauen muss, ob alles in Ordnung ist. Wir haben also hier eine Kamera installiert. Und über Handy oder über Computer kann man das dann halt sehr gut überwachen. Ja, eigentlich machen wir das ja, damit wir im richtigen Moment eingreifen können. Es ist natürlich schön, wenn man es nicht muss. Und genau so war es auch hier. Also Torja hat das alles ganz wunderbar selbst gemacht. Der Tierpfleger, der Dienst hatte, wohnt zum Glück ganz in der Nähe. Er ist hergelaufen und nach 10 Minuten, Viertelstunde, war im Prinzip schon alles vorbei. Das Kleine war auf der Welt und Torja war ganz ruhig und entspannt und hat schon wieder gefressen. Also das war eigentlich eine Traumgeburt. Die ist einfach nur topfit. Man sieht es ja hier, ich halte sie jetzt hier so ein bisschen fest. Das mag sie natürlich gar nicht. Sie will jetzt raus und draußen rum toben, wie das kleine Kinder halt so machen. Also wir sind ganz glücklich, dass sie sich so prima entwickelt. Tilda, hä? Dann doch etwas zögerlich ging es endlich raus ins Gehege. Freudig erwartet von den kleinen Zoobesuchern, denn Tilda ist schon nach wenigen Tagen der neue Star. Ja, das kann man sagen. Also wir warten immer so zwei, drei Tage nach der Geburt, ob wirklich alles gut geht, bis wir es dann veröffentlichen. Und wenn das dann raus ist, dann stehen eigentlich die Kinder hier schon immer Schlange und wollen. Das Fohlen dann begutachten und sind natürlich hin und weg, weil es halt wirklich super niedlich ist und echt wie ein Flüschter aussieht. So ganz austoben wollte sich der kleine Racker dann doch nicht. Verständlich, denn bei unserem Besuch waren fast 30 Grad. Da suchten sich die Erfahrenen lieber ein schattiges Plätzchen und für Tilda hieß es viel trinken. Aber alles in allem entwickelt sie sich sehr gut. Also wie man ja sieht, geht es der Kleinen super. Sie hat sich ganz, ganz toll entwickelt. Sie hatte ja ein Geburtsgewicht von nur 8 Kilo und war 43 Zentimeter groß. Wir haben ja schon ganz viele Mini-Ponyfohlen gehabt, aber so ein Kleines eigentlich ganz, ganz selten. Aber das hat überhaupt nichts ausgemacht. Es war alles dran und es hat alles wunderbar funktioniert. Und sie hat sich jetzt auch schon ziemlich weiterentwickelt. Sie trinkt ganz fleißig und fängt auch schon an, ein bisschen an allen möglichen Sachen rumzukauen. Ob das nun Heu ist oder Gras, manchmal auch an anderen Dingen. Aber wie gesagt, wir sind ganz glücklich. Sie entwickelt sich super und wir hoffen, dass es auch so bleibt. Wir haben uns natürlich ganz besonders gefreut. Wir sind immer so ein bisschen gespannt, wie sieht es denn aus, das Fohlen, dass es diesmal eine ganz seltene Fellfarbe war. Und zwar nennt sich das Bugskin. Das ist also ein ganz helles Falb. Sie wird noch ein ganz kleines bisschen dunkler, also so ein cremebraun, die Mähne dunkel. Und das ist also wirklich was ganz Seltenes. Und die Mutter ist ja ein normaler Falbe und der Vater ist aber Bugskin. Das hat aber nicht viel zu bedeuten. Also in den seltensten Fällen klappt das dann mit der Vererbung auch wirklich so, wie man sich das wünscht. Auch ihre Tanten haben den neuen Liebling mittlerweile ins Herz geschlossen. Da ist es umso erfreulicher, dass Tilda bei ihrer Familie bleiben kann. Wir haben ja bis jetzt fast immer nur Hengstfohlen gehabt und die muss man dann natürlich abgeben, weil die dann ja versuchen, die Mutter auch zu decken, wenn sie in einem entsprechenden Alter sind. Und Inzucht sollte natürlich ausgeschlossen werden. Außerdem stänkern die dann in der Herde rum. Und von daher sind wir doppelt froh, dass es eine Stute ist, weil sie dann eben wirklich hier bleiben kann. Bleibt uns nur der frischgebackenen Familie alles Gute und Tilda eine gesunde Zukunft zu wünschen. Nach langer Pause gibt es wieder eine Kinotour, die im Astoria-Kino in Zwickau halt macht. Mit Alfons Zitterbacke Endlich Klassenfahrt können Sie nicht nur die neueste Verfilmung des Kinderbuch-Klassikers von Gerhard Holzbaumert sehen. Im Anschluss an den Film gibt es auch ein Filmgespräch mit den Mitwirkenden. Das darf auf keinen Fall verpasst werden. Sie gehen ins Kino, wir stellen die Karten. Mit dem Astoria-Zwickau verlosen wir viermal zwei Freikarten für das kommende Event am Freitag um 17 Uhr. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Wutzler Sicherheitstechnik Zwickau – Ausverkauf Das Traditionsunternehmen in Sachen Sicherheitstechnik, Schlüssel, Schlösser und Zubehör startet einen großen Ausverkauf. Das Ladengeschäft in der äußeren Schneeberger Straße 37 bietet alles rund um Ihre Sicherheit an Haus und Wohnung. Kommen Sie vorbei und sichern Sie sich für kurze Zeit bis zu 30 Prozent auf ausgewählte Produkte in unserem Ladengeschäft. Geöffnet ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung. Nur solange der Vorrat reicht. Mekomobil – Ihr Medienbildungsangebot im Landkreis Zwickau. Von Falschmeldungen im Internet bis Filmworkshop und von digitalen Medien in Kinderhand bis hin zum sicheren Umgang mit Smartphone und Tablet. Das Mekomobil bietet auch individuelle Beratungsgespräche in den Mediensprechstunden. Schauen Sie vorbei auf Mekomobil.de und informieren Sie sich zu den aktuellen Veranstaltungen in Ihrer Region. Wir sind die ambulante Physiotherapie in Zwickau. Wir befinden uns im Medikum aus Jetzkystraße und wir suchen zwei neue Kollegen, die unser Team verstärken. Also Fakt ist, bist du Physiotherapeut? Wir freuen uns auf dich. Komm vorbei. Fakt ist auch, unser Lohn ist für unsere Region absolut überdurchschnittlich. Bewirb dich, ruf an, melde dich. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownong.de Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor zehn Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor zwei Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonnard Rose. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Was machen Bands, wenn sie ein neues Album fertig haben? Sie bringen es unter die Leute. Wie geht das am besten? Sie stellen die neuen Titel vor und zwar live. Wo sie das tun? Für Olli Munz und Band gibt es da nur einen richtigen Ort. Die Erdbeerschenke in Werdau. Am kommenden Mittwoch, dem 13. Juli, ab 17 Uhr steigt hier die... Rekord Release Party! Aktuell stehe ich noch bei uns im Biergarten bei Erdbeerschenke. Der ist natürlich zum Montag und Dienstag, wo unser Ruhetag ist, absolut leer. Aber nächste Woche Mittwoch am 13. Juli sieht das natürlich ganz anders aus. Rekord Release Party! Weil dann haben wir das Rekord Release von Olli Munz und Band. Und dann werden wir den Biergarten hier kulinarisch und auch musikalisch zum Kochen bringen. Rekord Release Party! Hi, ich bin Olli Munz und am 13. Juli gibt es endlich wieder nach anderthalb Jahren und viel Corona eine neue Platte von uns, die Besser Punk EP, die wir hier in der Erdbeerschenke veröffentlichen werden. Dinge, die nicht funktionieren, kann man nicht mehr zerstören. Und wie ihr am 13. Juli merken werdet, haben wir eine neue EP aufgenommen. Diesmal ungewohnt punkig, aber ich denke, das wird euch allen gefallen. Du solltest Dinge und nicht Menschen benutzen Ja, mein Name ist Benjamin Ordnung und ich war auf dieser Platte der Liedkitarist. Und wir freuen uns alle riesig auf den 13. Juli und wir werden das Ding ja richtig abreißen. Rekord Release Party! Natürlich bin ich am 13. Juli nicht alleine hier. Max Schuster hat er gerade schon gesehen, wird wieder an den Trommeln sitzen. Benjamin Ordnung spielt die Liedkitarre. Ich werde ein bisschen Gitarre spielen und Dina Lundershausen wird wieder am Bass sein und Theresa Schreimer mich im Backmogel unterstützen und will im Rassel wackeln. Natürlich spielen wir nicht nur die neuen Lieder, sondern es sind auch ein paar Altbekannte dabei. Und ich sag mal so, wir waren das letzte Jahr nicht inaktiv. Dieses Mal war ich im Musikstudio 26 in Rheinsdorf gewesen. Da sind im Übrigen auch die anderen Platten entstanden. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Auf der Platte haben wir diesmal sieben Lieder für euch zusammengepackt. Ich habe ein paar Demos ausgekramt. Wir haben sie überarbeitet alle miteinander. Es sind punkische Stücke, rockige Balladen, aber auch eine sehr romantisch verspielte Nummer drauf. Zwei Singles könnt ihr bereits auf YouTube schon anschauen. Das ist Paparazzi und Meine Welt. Erwerben könnt ihr die Platte natürlich ab dem 13.07. einmal live, wenn ihr zu uns kommt in die Erdbeerschenke. Und natürlich dann im Internet auf der Seite von Oli Musselbem. Das allerbeste wäre, ihr reserviert jetzt Plätze. Es ist zwar freier Eintritt, aber sitzen ist doch eigentlich schöner. Deswegen seid schnell. Es ist nicht mehr viel da. Der Typ wieder mit seiner Bench. Da geht der Punk ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bevor wir allerdings anfangen, am 13.07. wird Christian Breider mit seinem Zweifelsohne-Projekt noch ein paar Songs auf der Gitarre für uns spielen, wie er es schon bei unserem allerersten Release-Konzert gemacht hat. Wir freuen uns auf euch, auf einen geilen Abend. Ja, und da ihr euch ja bestimmt auch alle fragt, was wir zu essen machen, wir haben da so ein kleines Projekt mit Olli Munz schon mal gehabt. Es ging in diesem Lied um Gurken und aus diesem Grund werden wir auch wahrscheinlich irgendwas mit Gurke machen in Richtung Riesenroulade. Wir werden ein bisschen was räuchern, wir werden wieder Kuchen backen und wir haben natürlich auch was für die Vegetarier dabei und auch ein, zwei Spechel Getränke sowie hausgemachte Limonaden. Ich bin nicht sicher, ob es reicht. Ich hab noch Gurke. Musst ihr ins Fleisch? Make all kid great again. Auch wenn wir uns leiden. Make all kid great again. Ist mir nicht zu schade. Auch wenn so manche diese Praktik nicht praktizieren. Make all kid great again. In Fleisch mit Gurke gamiert. Rekord Release Party! Hä? Komedia-Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Der FSV Zwickau bestritt am gestrigen Tag ein Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten vorwärts Steier. Die 1 zu 0 Führung für den FSV schoss Robert Herrmann bereits nach zwölf Minuten. Dann ein unglückliches Eigentor seitens der Zwickauer. In der zweiten Halbzeit, fünf Minuten vor Spielende, erzielte der eingewechselte Felix Krüger dann noch den 2 zu 1 Siegtreffer für die Schwäne. Die Westsachsen kommen am morgigen Tag aus dem Trainingslager zurück. Das nächste Testspiel ist dann nächste Woche Mittwoch gegen die Queen's Park Rangers. Am vergangenen Montag erfolgte der Startschuss für die Handball-Saison 2022-23. Alle Neuzugänge des BSV Sachsen-Zwickau inklusive der am gestrigen Tage vorgestellten Katja Christensen aus Norwegen stehen Trainer Norman Rentsch nun zur Verfügung. Am morgigen Donnerstag wird das neue Team im Rahmen des Planetser Vereins Sommers vor Ort sein und seine Fans kennenlernen. Werbung Sehgewohnheiten Max Pechstein Fotografie vom 21. Mai bis zum 11. September 2022 Die Ausstellung zeigt eine neue Facette von Max Pechstein. Erstmals werden von ihm aufgenommene Fotografien im musealen Kontext präsentiert und in direkten Bezug zu seinen Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Druckgrafiken gesetzt. Gegliedert in verschiedene Themenbereiche und eingebettet in mehr als 35 herausragende Arbeiten aus dem Früh- bis Spätwerk Max Pechsteins, die in Dialog mit den Aufnahmen gesetzt werden, ermöglichen einen neuen, geschärften Blick auf das Öfri des gebürtigen Zwickauers. Im Aufeinandertreffen der Fotografien auch mit illustrierten Briefen Max Pechsteins als eine weitere authentische Quelle, die Einblicke in seine Gedanken- und Gefühlswelt vor Ort gewähren, soll darüber hinaus eine erste Datierung der kleinformatigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen ermöglicht werden. Treitschke Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, gräumigen Orthopädie-Abteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke Äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau Die Uhr für Sie erreichbar. Ging das zu schnell? Mit Turbospeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsiegerwechsel und 6 Monate gratis sichern. Auf Ture.com. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen werden sich in erster Linie die Kleingärtner freuen. Bei Tageshöchstwerten unterhalb der 20 Grad Marke wird es am Donnerstag bei einem frischen Wind den ganzen Tag über regnen. Der Freitag wird ein recht freundlicher Tag. Nachdem am Morgen die ersten Regenwolken abgezogen sind, gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Das Quecksilber klettert bis auf 22 Grad. Ähnlich gestaltet sich der Start ins Wochenende. Bei Temperaturen um die 20 Grad scheint am Samstag die Sonne. Gelegentlich ziehen Wolken ins Sendegebiet, aus denen es regnen kann. Der Sonntag hat dann nicht viel mit Sommer zu tun. Bei eher mageren 18 Grad zeigt sich der Himmel den ganzen Tag über zugezogen. Gelegentlich kann es regnen. Liebe Zuschauer, das war es von Tag Aktuell für den Mittwoch. Ihnen wünsche ich jetzt einen erholsamen Abend. Bis morgen hier am Donnerstag bei Tag Aktuell. Tschüss.